Meine Damen und Herren, wir präsentieren Hammersley. Stimmt's? Klingt bisschen türkisch, ist aber in Australien. Hammersley. Oder Hammersley? Hammersley. Ah, Hammersley. Klingt noch türkischer. Da hinten geht's noch weiter. Da gehen wir dann noch mal hin. Heute an das Geburtstag. Freut sich. Ganz viele Glückwünsche schon bekommen von mir. So, wir wandern weiter. Tschüss.